Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Ach, da ist es. Okay, dann wollen wir mal. Ich glaube, es gibt zwei Leute, die wir sind. Ah, Mann, der Meter. Ok, drünne. Drünne, drünne, drünne. Super. Schön eingeloggt. Perfekt. Das war es mir wert. Ok. Aber wir wollten ja nicht was anderes. Ähm, N. Oh, freigeschaltet. Na dann, lass uns jetzt mal rüber. Zum nächsten. Ok. Dann geht es jetzt zum nächsten Portal. Oh, nehme ich alles mit. Ähm, ich speichere mal lieber mal zwischendurch. Das wäre auch mal ganz sinnvoll. Ich fange jetzt mal zu speichern teilweise jetzt. Ok, haben wir gespeichert. Ah, ist doch schön. Heute der Tag war relativ früh. Morgen habe ich einen Tag. Mein erster Tag so. Wenn ich für mich richtig frei habe, freue ich mich. Ich muss schauen, was ich morgen mache. Ähm. Na, ich weiß noch nicht so ganz. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wow, wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? In einer wunderschönen Krypta ist die oben, oben geschlossen. Ich glaube, die wird man hier einen Sinn und Zweck haben. In der Zukunft. Ähm. Ja, ich wollte eigentlich da hin. Mensch. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Okay. So. 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 Ähm. So. So. Gut! Wow, ein weiterer Tod hier. Okay, du weißt auch noch. Ja, da hat mich halt ein bisschen durchtrennt. Scheiße. So, dann ist ein Kampf. So. Ähm, geh. Okay. Das war jetzt ein Kampf. Unsere Untoten sind echt heftig. Ich muss ja nicht mal sein, dass es ein Friedhof ist. So, so. Okay. Was ist das? Ja. Na bleibst du mal. Ist das jetzt böse oder was muss ich da machen? Ist ja egal. Da ist eine Truhe. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Sag mal, ey ehrlich. Lauf doch mal einfach zur Truhe an, statt hier irgendwelche Kunststücke zu machen. Oh Gott, der ist so blöd dafür. Ähm. Gut. Jetzt haben wir hier auch was. Ah, schön. Ja. Aber eigentlich wollte ich jetzt hier noch was freischalten. so. 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 Alle Platz. So. 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 Und ich nehme mich dann noch mit. Hier. Ähm, du kommst mir auch. Und jetzt muss ich mal gucken, wenn das jetzt da ist. Aber was muss ich denn machen hier? Gut, für solche Geräte habe ich eigentlich keine Zeit. Ich wollte ja weiter. Na komm! Gut, schön. Ich finde die seltensten Tierwiesen im Wald. Du hast Glück, wenn du eine Rade findest. Ja, 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 ich muss das mal abspeichern. Sicher, sicher. Weil es wird mir sonst zu viel. Wenn ich hier sterben sollte, habe ich wenigstens meinen Speicherpunkt. Ich weiß, wo welche sind. Und ich werde jetzt mal welche abmorgsen. Das ist hier mein Hobby. Töten! Wie später haben wir es denn? 20.28 Uhr? Okay, das muss reichen. Wir müssen jetzt mal... Ich gehe jetzt gleich hier direkt auf den Kampfmodus. Oh! So! 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 Boah, krass! ähm so gosh